ich hab diesen erzwächter gegen die höchste kräftet und hat keine Ahnung wo ich ihn getroffen habe und gekrätet hat hopf wo lang müssen wir werden gehen ja irgendwie finde ich ein bisschen kacke dass die Fischung nur zwei Schuss hat aber andererseits ist sie einfach nur assozial inbound schießt vier Schüsse auf einmal also was will ich eigentlich ja und was willst du eigentlich noch was jetzt machen wir noch nicht noch immer okay klar die Entschuldigung ja ich wäre sehr verbunden wenn du mir mal hilfst ich bin ja nicht eben gestorben äh wo bist du langlaufen oder ich hab dir gesagt rechts und ich hab gesagt ich gehe gerade auf kommt sie jetzt kommst du jetzt hier hin ja ok los Vogel hol ihn dir auch man hört auf mich abzuballern scheiße arm schau ey dieses heilen ist echt einfach nur genial also ey ich meine ich werde ja zusätzlich geheilt immer wenn ich jemanden töte das ist irgendwie voll imber was ich töte jemand und ich hab für eine kurze Zeit noch extra mal einen Heilschub ja und was machen wir hier jetzt ja wir müssen irgendwelche ähm Transmitterkonzonen reaktivieren wie wärs mit Auto besorgen wie wärs mit hier sind Gegner wie wärs mit mir egal und da war irgendein Alarm wie wärs mit hier sind Kisten du hast du nicht aufgemacht wie wärs mit ich kämpfe gerade und du hilfst mir nicht wie wärs mit ich hab eben gekämpft und du hast mir noch nicht geholfen wie wärs mit bist du einfach falsch gelaufen ich konnte dir nicht helfen wie wärs mit nein ich hab den ganzen Anfang gemacht mit diesen Wächtern ja aber dann bist du falsch gelaufen wie wärs mit ich bin da und hör auf zu weinen wie wärs mit ich hab recht wie wärs mit ich weiß was dein Problem ist ich bin einfach zu gut nein ich sehe einfach zu gut aus man scheiße ich halt nix aus oh ich halte wieder was aus nein ich spring voll die Galate ich bin auch so ein Spacko ich bin tot du bist tot töt jemanden Jesus aber das schwankt so dumm wenn man gestorben ist ich weiß der Ellenwaffe da oben und ich bin tot in 3 2 1 nein du bist auch gestorben naja wir sind ja nicht weit entfernt wir sind direkt davor wir haben gefehlt weißt du wie lange es ist dass wir gestorben sind ich fand 123.000 ich muss eigentlich die Zahl zahlen fick dich 123.000 du wichser du hast mich Geld gekostet du stirb du wichser ich mach dich jetzt so kalt ich mach dich jetzt so kalt da oben der Lenz in Jindert den Kirch da oben da oben ich kann jetzt sagen ich hätte eigentlich ein bisschen mehr dran gehen können aber warum einfach wenn es auch umständlich geht ich weiß nicht was nein hier gibt es bestimmt noch Kisten da oben hier ist um und ich habe keine Millionen mehr nur die Spakos Spakos sind und ich ich noch müssen hoch oder was sie ist natürlich man aufmachen ja ich dachte vielleicht ist ja außen das wo wir brauchen hier ist auch eine Tür zum aufmachen ich weiß nicht hier wo die 10 es kann auch nicht aufmachen ich bin richtig man kann ich finde ich auch machen ich weiß nicht aufgeht hier in die Toilette gucken und da ist Shotgun Munition wow wieso ist auf dem Klo Shotgun Munition ich habe keine Ahnung ich will es auch eigentlich gar nicht wissen wer kämpft da schon wieder keine Ahnung ich nicht ja genau schicken wir uns einfach mal hin und her auf mal auf geil ja hol mal ein Auto ah ne wir können ja gar nicht durchfahren egal ich mag trotzdem Auto fahren ok Verdammt! Egal, weiter drauf. Ich hab's dir gesagt. Ich geh um die Alienwaffen dir an. Die sind eigentlich überall diese Scheiße. Ich möchte auch noch die Alienwaffe jetzt kennen. Okay, lang, oder? Ja. Bam! Die macht Hardcore-Damage. Da wo du lang bist, müssen wir jetzt... Ach, da wo ich von Anfang an lang gegangen bin. Was also richtig ist. Jetzt ist es richtig. Das war schon vorher richtig. Das waren nur die 2 von der 3. Und wer hat mich getroffen? Irgendein Sniper. Oh, da! Wow! Ich bin leer. So, er verkriegt Tod. Natürlich ist mal die da oben. Ja, so ein extremer Zoom ist schon was Gutes. Ich bin gestorben. Ich muss mich retten. Oh, ich komme! Oder auch nicht. Oh, hättest du das nicht mal früher regeln können? Ich wusste nicht, wenn ich halt tot. Ich wusste nicht, dass sie überlebt. Oh, wie der schreit während der Kripp hier. Ist ja asozial. Aber... Für mich ist das schon tot. Ich bin tot. Wieso kann ich die Tür nicht auch machen? Wenn ich tot bin. Rette mich. Nein. Okay, dann rette ich mich selbst. Aber ich hab' ich nicht. Ich hab' so geschwächt. Ich hab' ich nicht. Ich hab' ich nicht. Alter, ehrlich. Okay, ich hab's doch noch geschafft. Gerade, wo ich dich retten wollte. Ja. Ist da was? Moni. Mission. Wir können die scheiß Tür wieder nicht aufmachen. Mann, sollst du dich zum Kotzen? Ist abgeschlossen. Ja. Voll die Homos. Schließen einfach die Tür auf. Wir müssen da wieder rein. Ja, sag los. Vielleicht von da oben. Achso. Bloß. Nanananana. Alter, was ist da wieder explodiert? Ich hab' auf was geschossen. Alter, musst du den immer kaputt machen. Ich hab' da immer Angst, dass du nicht mit in die Luft sprengst. Ja, ich hab' extra drauf geachtet. Ich hab' extra drauf geachtet, dass du nicht mit in die Luft sprengst. Ich hab' extra drauf geachtet, dass du nicht da bist. Ja, trotzdem. Ich weiß, dass sie da ganz einfach was sehen können. Man kann einfach ein Täter passen. Ich bin schon öfter so gestorben als durch Gegner. Und jetzt müssen wir ganz hinter. Juhuuu. Yeah. Du drängst dich immer vor. Nein, ich glaub' einfach nur. Ich guck auf das da, wo ich grad bin. Und ich renne vor und 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 und. Schieß dir in die Nase. Bam. Bam. Du hast mir eben echt Schaden gemacht. Kann nicht sein. Hast du aber. Jetzt nicht mehr. Mein Schild hat aber Schaden. Vielleicht weil ich runter gesprungen bin. Ja. Und es sah dann nur so aus. Boah. Scheiße. Ich hab' das geil. Ne, wir leveln grad wieder voll schnell. Das ist nicht übelst geil. Ich auch. Und ich hab' ich aufgenommen. Zwölf Prozent meiner maximalen HWO. Das sind Wächter. Nicht gut. Wächter. 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 Und Sarah Wächter. Wo? Der ist geflogen und ist an uns vorbeigeflogen. Und da sind ganz viele Gegner da hinten. Ah, da oben. Da oben ist nochmal Sarah Wächter. Alter. Boah, wie asozial. Die schießen mit Alien-Technologie Waffen. Aber es sind One-Hit-Opfer also. Die Wrecks von morgen. Ja. Nur, dass wir sie schon heute sehen. Ganz exklusiv. Irgendwie hab' ich den Vogel inzwischen ins Herz geschlossen. Das war nice. Und sah irgendwie saugruh aus. Ja, Aridion. Da ist er so BÄM und ist ein Tod. Ich seh' nur nicht mal, wieviel Schaden die macht. Wenn die sterben sofort. Nur wenn die es überleben. Aber wenn sie nicht sterben, dann kommen sie... Die ist voll im brutalen Schockschaden. Natürlich. Gerade, wo ich die Iridian-Waffe in die Hand nehmen konnte, ein Geschütz. Was ich mit Epistole töten muss. Ich hab' einfach mal eben das gesamte Schild von dem Scheiß-Team runtergerobbt mit der Iridian-Waffe. Und was. Ungeschütz? 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 Das Schild ist auch immer schwächer als, ähm... Ja, viel von denen. Ich bin fast tot. Ich bin tot. Öść. ÜIEL R Crabschma. Schau' mich mal bitte. Oh, lass mich den killen. Oh, lass mich den killen. Auf jeden Fall! Vielen Dank.